Ja, hallo zusammen. Strahlendes Wetter, 30 Grad, Sonne, satt. Draußen ist es sehr heiß. Ja, sagte ich bereits, 30 Grad. Und deswegen bin ich jetzt gerade ein bisschen hier in den Wald gegangen, an mein Stammplätzchen mehr oder weniger. Dort werde ich meine Hängematte, meine neue Mal ausprobieren. Ja, ein kleines Lager einrichten, mir was kochen und die Stunden hier im Wald genießen. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann bleibt jetzt dran. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Platz hier ist einfach klasse. Dabei habe ich heute die Hängematte Hemok Hamak von Queture aus dem Decathlon für den 10er gekauft. Ja, die probiere ich jetzt heute mal aus, wie die hält, wie das Befestigungssystem ist und ob die was taugt. Ok. Ja, nein. Ich bin nicht sicher, dass die Hände lehrt sind. Ich bin nicht sicher, dass die Hände, die Hände sind fast nicht sicher. Ja, das ist wieder schön. Hier ist hier schon einfach her. Das ist schon ein gründer, ich weiß. Und jetzt? Erstes Mal in einer Hängematte. Also sie hängt natürlich jetzt hier alles andere als optimal. Und da muss ich sie jetzt nochmal hochziehen. Klar, das ist jetzt nicht die brasilianische Liegeweise. Was nennt man dann jetzt so die saarländisch geknaubte Liegeweise? Aber wenn ich mich jetzt gerade hier schon mal so leicht schlägeren lege, dann macht das auch schon extrem was aus. Cool. Ich bin Petschnass geschwitzt vom Aufhängen der Hängematte. Aber es ist ultra aggermüdlich. Cool. 10 Euro ist in Ordnung. Die Befestigungsset werde ich mir wahrscheinlich ein anderes kaufen. Wahrscheinlich von Amazonas. Das kostet dann zwar mehr wie die Hängematte. Aber cool. Cooles Teil. Das sieht von außen bestimmt ur-komisch aus. Hier lässt sich echt gut gehen. Was mir jetzt auch sofort auffällt. Wie gesagt, ich habe jetzt am Rücken, bin ich jetzt relativ nass geschwitzt. Dann liegt hier eine Hängematte. Ist natürlich hier nur ein dünnes Seidentüchchen dazwischen. Und ich merke sofort, wie es mir am Rücken wirklich kalt wird. Weil eben die Luft und Hunde durchzieht. Und dann eben durch die Verdunstungskälte eben zum Kälteeffekt kommt. Und deswegen, Hängematte ist in der Isolierung auch sehr sehr wichtig. Deswegen eben auch in der Hängematte eine Isomatte nutzen. Das werde ich aber im Winter mal ausprobieren. Aber nicht in der, sondern da werde ich mir wahrscheinlich etwas anderes nehmen. Leute, das ist so genial hier. Unglaublich. Ja, mehr braucht es heute nicht zum Kochen. Eine Dose Bohnen in Tomatensauce, eine Zwiebel, Knoblauch, Bauchspeck und dazu Brot. Ein andecken an unseren lieben Bad Spencer, der vorletzte Woche vor uns gegangen ist. Da mache ich heute eine Bad Spolen-Fahne. Die werden wir mal geschnitten. Das hat soweit ganz gut geklappt. Ja, was darf nicht fehlen. Knoblauch. So, dann machen wir noch die Dose auf. Und weil wir einen Vic dabei haben, machen wir das natürlich mit dem Vic. So, das war geschafft. Dann heißt es jetzt aber, wir zwei Gasrauben machen. dann, wobei wir haben. Das heißt, wir müssen siebken. Wie lange waren wir? Das ist so schön. Das ist schön. Also, wir müssen die Dose auf die Dose ausf Zenitzen spüren und gemeinsam zu machen. Das ist toll, was wir auf der Durchmacht, dass wir die Dose auf die Dose zrobić. Dann habe ich mit Dose in die Dose que dorst. Und das Dose aus dem Zeitung an den Dose. Dose auf die Dose und Dose des Dose. Das wäre eine Platzwetter Bohnenpfanne oder die Bohnen. So, die Bohnen sind fertig. Ja, endlich. Hey du, die Pfanne lass hier. Okay. Ganz gut. Hoffentlich haltest du die Hosen aus. Sagt, teurer Freund, willst du uns verhungern lassen? Du kannst doch nicht alles allein auffressen. Doch, kann ich. Mit links? Das wirst du büßen, du miese Sau. Einmal werden wir dich wiedersehen und dann gnade dir Gott. Ja, ich werde es mir ausrichten. Mahlzeit. Genial. Boah. Boah. Eine kalten Schüle-Portion. Jetzt flacke ich mich erstmal wieder in die Hängematte. Jetzt gibt es einen Käff und dann in die Hängematte. So, jetzt noch das Käffchen hier genießen. Und dann heißt es auch schon langsam wieder zusammenpacken und ab nach Hause. Ja, Leute. Ich hoffe, das Video hier hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen nach oben oder einen freundlichen Kommentar da. Darüber würde ich mich sehr freuen. Wer noch nicht Abonnent von meinem Kanal ist, kann das jetzt auch gerne tun. In dem Sinne verabschiede ich mich von euch. Macht's gut. Bis bald und ciao. Bis bald.